Eine 2-Zimmer-Etagen-Wohnung ist hier zu vermieten. Sie befindet sich in Niedernhausen, Taunus. Die Wohnung verfügt über eine Dachterrasse, eine Einbauküche und einen Parkplatz. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Etagenwohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 64 m2. Die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung beläuft sich auf 680 Euro. Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung. Untertitelung des ZDF, 2020